Hallo, ich bin Annika. Ich bin gerade in der Ausbildung zur Physiotherapeutin und habe parallel am Wochenende hier meine 200 Stunden Yoga-Lehrer-Ausbildung absolviert bei der Dr. Mishra Akademie in Bremen. Ich habe die Ausbildung sehr genossen. Es war immer ein familiäres Zusammensein hier. Man hat viel gelernt, nah am Ursprung von Indien, also sehr tiefgreifend. Auch etwas über die Geschichte mit erfahren und von verschiedenen Lehrkräften Yoga-nahe Gewegt bekommen. Ich freue mich sehr herzlich bedanken und für die schöne Zeit.